Dies ist ein Hörerlebnis von Goya Libre aus dem Hause Jumbo Neue Medien und Verlag GmbH. Vorsicht, rief Tyler und schnappte nach meinem Hosenbund. Das Kanu schaukelte. Bist du verrückt? Aus der Wahlgruppe kam ein aufgeregtes Quietschen. Maura ruft ihr Baby, sagte Javich. Der kleine Orca tauchte ab und kehrte zu seiner Familie zurück. Weißt du, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist? fragte ich Javich. Er hob die Schultern. Genau weiß ich es nicht, aber ich glaube, es ist ein Junge. Seine Rückenflosse ist ziemlich gerade. Ich würde ihn gern Bobby nennen. Okay, Javich lächelte. Aber jetzt müssen wir weiter, sonst wird es noch dunkel, bevor wir im Hafen sind. Ich griff nach meinem Paddel und wie durch ein Wunder schienen die Kräfte in meine Arme zurückzukehren. So kamen wir erneut ein gutes Stück voran, bis das Orca-Baby wieder neben dem Kanu auftauchte und Späße machte. So ging es weiter, bis wir das Cup erreicht hatten. Bobby neben uns und hinter uns und manchmal schwamm er auch voraus. Auf einmal hörte ich aufgeregte Rufe. Suchend blickte ich um mich und Javich zeigte nach oben ans Cup. An der Holzbrüstung standen mein Vater und Lorraine. Sie winkten. Was Papa wohl gefühlt haben, mochte bei diesem Anblick. Seine Tochter mit drei Indianern in einem bemalten Zedernkanu auf dem Ozean, umringt von fünf Killerwahlen. bemerden Bemerdi Vielen Dank.